Hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich entscheide, zu welchen Zeitpunkten ich Sondereinzahlungen in meine Geldanlage bei meinem Robo-Advisor vornehme. Dazu vorab zur Information, etwa ein Viertel dieser Geldanlage ist in den hier dargestellten ETF angelegt. Da in diesem Sparplan jeden Monat zu einem festgelegten Zeitpunkt eine festgelegte Summe fließt, zu der der aktuelle Kurs natürlich relativ hoch oder relativ niedrig sein kann, habe ich mir angewöhnt, erstmal mein Geld, also mein Gehalt zum Beispiel, auf ein Tagesgeldkonto zu legen. Zurzeit sind es ja 4%, die man dort als Zins bekommt und dann eine Sonderzahlung vorzunehmen, wenn die Kurse nach meiner Auffassung relativ niedrig stehen. Das bewerte ich immer nach den Indikatoren Parabolic SAR, dem MACD und dem RSI. Zur Erklärung dieser Indikatoren findet ihr auch sehr gute Videos, in denen das nochmal genau erklärt wird, was diese Indikatoren wirklich aussagen. Darauf möchte ich an dieser Stelle allerdings jetzt nicht eingehen. Grundsätzlich arbeitet der Parabolic SAR mit einer Trendumkehr, der dadurch dargestellt wird, dass entweder der Punkt oberhalb oder unterhalb des Charts ist. Ein Kaufsignal sieht man hier, wenn der Punkt vorher oberhalb des Charts und später unterhalb des Charts ist. Beim MACD ist es so, dass man darauf achtet, dass der blaue Verlauf den pinken Verlauf von unten schneidet. Und beim RSI achte ich darauf, dass der Wert aus einem niedrigen Bereich nach oben ansteigt. Also zum Beispiel vom Wert 30 auf 40 aufwärts. Insgesamt habe ich jetzt hier in dieser Darstellung fünf Zeitpunkte eingezeichnet, die ich für einen sinnvollen Zeitpunkt jeweils halte bzw. gehalten habe, um hier Sondereinzahlung in meinen Sparplan vorzunehmen. Besonders interessant finde ich die Zeitpunkte ganz links und ganz rechts, da hier beide Linien des MACD deutlich unterhalb der Nulllinie verlaufen und auch der RSI ziemlich niedrig ist. Insgesamt lassen sich so optimale Investitionszeitpunkte im Nachhinein natürlich immer viel besser identifizieren, als es tatsächlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Fall ist. Daher sollte dieses Video auch nicht als Handlungsempfehlung aufgefasst werden, sondern ich wollte euch nur einmal damit zeigen, wie ich persönlich entscheide, wann ich Sonderzahlungen vornehme und wann eben nicht. Ja, dann noch kurz der Hinweis dazu, wie ihr euch eure eigene Darstellung eines solchen Charts machen könnt. Dafür ruft ihr einfach den Link unten auf. Der verweist euch dann auf den MSCI World und dann nehmt ihr die Einstellungen vor, wie ich sie vorgenommen habe. Dazu geht ihr zunächst oben rechts auf Darstellung, wählt dort Candlestick, Euro, Linear und einen Tag aus und dann nehmt ihr noch die links angegebenen Einstellungen vor. MACD, Parabolic SAR und RSI. Ja, damit wäre ich auch schon am Ende des Videos angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Folgt auch gerne meinem Kanal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Ich versuche natürlich alles zu beantworten. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.